Alle Milis bei Rot fangt er an und dann halt hin und her nach den Bebuff. Außen hier ist einmal Live-Log für alle. Hier ist der normalen Brunnen. Der andere ist bereit. 2, 1. 3, 2. 4, 1. Die Rangers müssen dann halt mehr auf einem Fleckleiche genau gleich direkt auf dem markt das war in den tisch dass sie mehr da kennen gleich frühzeitig weg ob es doch bemerkbar gut und schön auf dem markt stellen gleich als mori wird wieder saugen Resistent Prime, Topic, Launch. Ja, Boss. Macht die Killen. Dann gleich nach hinten, Bloodlust. Denkt dann jetzt auf, die Flächen müssen wir doppelt so. Stellt euch wieder auf eure Position. Quasi Rangecam und Relicam. Weiter. Potten hier gleich auch benutzen. Beide in Power, Weapons, Pride. Dann mal... 3-4-1-Battle retzen. Bloodlust? Ja, ja. Flächen raustragen, einmal taunten. Gleich danach soken. Token in 6. Wir haben Gesus. Doppelsaugen jetzt. Besser ablegen, die Decimation. Ja, genau. Stellt euch ordentlich hin. Wir nutzen uns Personals, wenn ihr Low droppt. Doppelsaugen wieder. Und wieder auf Position. Fort, wenn ihr gesaugt habt, wieder auf Position. Mark. Fedora retzen, wenn's geht. Nicht annehmen. Jetzt. Danke, Mike. Doppelsaugen. Doppelsaugen. Tugelsaugen. Tugelsaugen. Doppelsaugen. Jo. Nice. Wir sind wirklich fix. Gott, das ist ein Schaden. Haben wir viel Zeit für die Hunde, würd ich sagen. Ach so, Beutel, Beutel, Beutel. 9, 5, 6, ey. Ich brauch das einmal.